Ja, es war gut. Also ich bin echt zufrieden. Schwimmen lief sehr gut. Auf dem Rad konnten wir den Abstand sogar halten oder vergrößern. Es war gut. Also da war ich echt froh, dass es hier geklappt hat. Und der Lauf, ja, ist immer hier ein bisschen schwierige Bedingungen mit dem Untergrund. Aber haben ja alle das Gleiche. Und von daher, ich bin zufrieden, ja. Jetzt kommen noch die Weltmeisterschaften, also das Grand Final in Rotterdam und dann noch Super League aus Jersey.